Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich war mit dem Darkenian-Bau-Team, mit der YouCraft und mit ein paar Leuten aus der Community auf der Gamescom. Wir haben gemeinsam eine tolle Zeit verbracht. Und wie das aussah, seht ihr in diesem Video. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.